Hi, Patrick Grabowski hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und wir schauen uns heute mal mit der Pareto-Analyse an, welche Themen denn bei dem Fach Recht und Steuer wirklich wichtig sind, ja, weil das Tolle an der IHK-Weiterbildung und an den Prüfungen ist ja, dass der Rahmenplan immer gleich bleibt. Basierend auf dem Rahmenplan bauen dann die Prüfungen auf und die Prüfungen, die wiederholen sich eigentlich immer. Da hat man praktisch Themen, die kommen regelmäßig dran und wir haben das Ganze mal ausgewertet, die letzten Prüfungsjahre, dass du einfach auch weißt, was dich da erwartet. Wir gehen jetzt hier einfach mal in unsere Lernplattform. Wenn du Kunde bei uns wirst, hast du auf unserer Lernplattform natürlich hier im Willkommensmodul, hast du dann diese Pareto-Analyse, wo du die auch runterladen kannst. Ich mache das Ganze jetzt mal, dann hast du praktisch diese ganze Auswertung auch für dich. Ich öffne das hier jetzt mal in Excel. Wir können hier praktisch bei der Pareto-Analyse sehen, die Prüfungsjahre, ja, die Prüfung findet ja immer zweimal im Jahr statt, im Frühjahr und im Herbst und was wir gemacht haben ist, wir haben uns halt alle Prüfungen angeschaut, haben praktisch die einzelnen Themen kategorisiert und haben halt dann einfach ausgewertet, wie oft die Themen drankommen. Und wir sehen praktisch, umso höher das Thema steht, also Sachmangel, Nacherfüllung und Werkvertrag, ja, das kommt relativ häufig dran, auch mal ein Kaufvertrag, aber das Thema ist dann Sachmangel und Nacherfüllung und wenn du das Thema kannst, hast du hier schon 15 Punkte. Ja, hier kommt es mal nicht dran, aber du siehst, das Thema kommt eigentlich so gut wie jedes Mal dran. Es gab es ein paar Mal, wo es nicht dran gekommen ist, ja, aber so einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal kam es jetzt nicht dran, aber gesamtheitlich siehst du, es kommt fast jedes Mal dran. Und wenn es dran kommt, dann gibt es halt von 15 bis zu 24 Punkte. Dann haben wir noch als zweites Thema Arbeitsrecht und Arbeitsrecht ist eigentlich auch fast immer eine Aufgabe, ja, also es kam fünfmal jetzt nicht dran und wenn du Arbeitsrecht dann auch kannst, dann hast du halt schon wirklich hier zwei gute Aufgaben, wo du erfüllen konntest und kommst so auf 24 Punkte. Wir haben dann noch so ein kleines Unterthema, ja, das ist ein wirksamer Vertrag, das ist relativ einfach, ja, weil es sehr systematisch ist, wie kommt ein Vertrag zustande. Vertrag kommt halt zustande, in dem zwei Leute genau die gleiche Meinung haben. Also wenn jemand sagt, hey, ich will einen Stuhl für, oder ein Handy kaufen für 500 Euro, ein iPhone und der Verkäufer sagt, nee, ich verkaufe es nur für 600 Euro, dann kommt kein Vertrag zustande. Wenn es aber der Verkäufer sagen würde, ja, ja, ich verkaufe das Henne dir für 500 Euro, haben wir zwei identische Meinungen, also zwei Willenserklärungen, ja, die sind deckungsgleich, die sind 100% gleich, dann kommt ein Vertrag zustande. Da gibt es dann ein paar Sachen, die du wissen musst, ja, wie ein Vertrag wirksam zustande kommt unter Anwesenden oder unter Abwesenden. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, telefoniert oder eine E-Mail schreibt, da gibt es dann ein paar Besonderheiten, die lernst du dann bei uns auch im Kurs, dann kannst du das Thema auf jeden Fall auch behandeln. Dann gibt es noch so das Thema Eigentum und Besitz. Bei Eigentum und Besitz, da ist es halt auch wirklich wichtig zu wissen, es gibt einmal den Eigentümer, ja, und es gibt den Besitzer, im Juristischen, im Rechtlichen, da trennt man das Ganze. Beispiel in der Eigentumswohnung, da bist du der Eigentümer, wenn es deine Eigentumswohnung ist, der Mieter von einer Eigentumswohnung wäre dann aber praktisch der Besitzer. Ja, also der Eigentümer hat die rechtliche Herrschaft, weil er der Eigentümer ist, ihm gehört das Ganze, der Besitzer hat nur diese tatsächliche Herrschaft. Ja, er darf das aufgrund von einem Vertrag natürlich dann verwenden, die Mietwohnung. Ja, und da ist halt ein Unterschied, einmal zwischen Eigentum und Besitz und das kommt halt auch regelmäßig dran. Also es hat mal 18 Punkte gegeben, mal 16 Punkte, dann kam das Thema ein paar Jahre nicht dran. Aber wenn es dran kommt hier, gibt es teilweise immer 20 Punkte so um den Dreh. Dann haben wir das Thema Steuerarten. Steuer haben wir in verschiedene Teilpunkte untergeordnet, ja, also Steuerarten. Dann haben wir praktisch die Einkommenssteuer hier nochmal unterteilt, dann die Grundbegriffe von dem Steuerrecht und natürlich auch die Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuer und die Angaben auf den Rechnungen hätte man eigentlich auch gemeinsam fassen können, ja, weil Umsatzsteuer und welche formalen Anforderungen auf eine Rechnung erhalten sein müssen, sind im Umsatzsteuergesetz geregelt. Wir haben das einfach nochmal für uns einfach kategorisiert, weil wir sagen, okay, das ist halt nochmal ein Thema, wo die IHK sehen will, hey, welche Anforderungen gibt es denn, die auf einer Rechnung drauf sein müssen, ja, wie eine Rechnungsnummer, Anschrift, natürlich dann auch der Empfänger, der Rechnungsbetrag, ja, die Steuern natürlich auch und das ist eigentlich ein Thema, was relativ einfach ist. Da gibt es einen Paragrafen, da kannst du dir auch alles abschreiben. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben hier die Abgabenordnung. Die Abgabenordnung ist sozusagen, die regelt praktisch die ganzen Fristigkeiten von den Steuern, ja, wann die abzugeben sind und wie die auch erhoben werden und welche Anforderungen es da gibt, ja, das wird dann der Abgabenordnung geregelt. Dann haben wir noch ein Thema Insolvenzordnung. Insolvenzordnung, das ist relativ einfach, ja, da gibt es nämlich drei Insolvenzgründe, die da die IHK immer wissen will. Das ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit, eine Zahlungsunfähigkeit und halt eine Überschuldung, ja, bei Kapitalgesellschaften und dann halt auch den Prozess von dem Insolvenzverfahren, wie das ungefähr abläuft. Das ist etwas, das ist ein kleines Gesetz, ja, und weil es halt sehr klein ist, gibt es da, ist es sehr systematisch, das dann auch in der IHK-Prüfung anzuwenden. Dann haben wir noch so ein Thema Allgemeines. Mit Allgemeines sind so, ist am Anfang das BGB gemeint, ja, also was für Formschriften gibt es zum Beispiel, ja, schriftlich, notariell beurkundet zum Beispiel, wenn du eine Wohnung kaufst. Das sind so die allgemeinen Themen, ja. Dann haben wir praktisch noch Anfechtung und Nichtigkeit. Persönlich einer meiner Lieblingsthemen, ja. Warum? Weil bei dem Thema Anfechtung und Nichtigkeit ist es halt immer so, dass ein Vertrag zum Beispiel angefochten wird und dann praktisch rückwirkend unwirksam wird oder es ist von Anfang an unwirksam, also nichtig. Als Beispiel, wenn jetzt ein Kind irgendwie was auf Raten kauft oder ein Kind kauft ein Auto, dann ist das Kind gar nicht befugt, ein Auto zu kaufen, ja. Das wäre dann von Anfang an nichtig und das Thema Anfechtung ist halt eine einfache Prüfkette. Da gibt es praktisch vier Anfechtungsgründe und wenn ein Grund gegeben ist, dann geht man praktisch in einem Gesetzbuch die Prüfkette durch. Das sind dann vier weitere Paragrafen und das ist dann sehr systematisch, weil nach A kommt dann B, nach Paragraf B kommt Paragraf C, nach Paragraf C kommt Paragraf D und dann kannst du das Thema eigentlich auch schon anwenden, ja. Und wir sehen halt, das Thema Anfechtung kam dreimal leider nicht dran, dann kam es zweimal wieder dran, zweimal kam es nicht dran, dann kam es zweimal wieder dran und ein paar Mal wieder nicht. Aber wenn es drankommt, gibt es halt auch wieder hier so um die 18 bis 22 Punkte oder 15 bis 22 Punkte, die man dann natürlich auch sehr gerne mitnimmt. Thema Umsatzsteuer und Angaben auf Rechnung haben wir schon durchgesprochen. Gewerbesteuer, bei der Gewerbesteuer, das ist ein Schema F, ja. Das heißt, die Gewerbesteuer, da gibt es ein Schema F, wie man das Ganze berechnet. Das kann man im Gesetz nachlesen. Das übt man ein, zwei, dreimal, dann kann man auch die Gewerbesteuer berechnen, ja. Und wir sehen halt, das ist ein Thema, was jetzt leider nicht so oft drankommt, ja, aber wenn es drankommt, gibt es halt auch wieder zwischen 20 und 12 Punkten, die man dann ganz gern mitnehmen kann. Thema Verzug ist auch ein sehr systematisches Thema, ja. Kommt aber leider nur, kam bis jetzt nur zweimal dran, ja. Das heißt, wenn es drankommt, ist es auch sehr systematisch, mit Prüfketten abzuarbeiten und gibt dann 20 Punkte. Jetzt haben wir noch ein paar andere Themen, die sind in der Gesamtheit nicht so wichtig, ja. Da haben wir praktisch Bürgschaft, Pfand und Sicherung, ja, also, wie man Sachen, sag ich mal, als Sicherung irgendwo hinterlegen kann, ja, da kennen wir praktisch eine Bürgschaft, wenn eine Bank zum Beispiel bürgt für uns, wenn wir zahlungsunfähig werden als Unternehmen, dann haben wir auch Pfand und Sicherungsübereignung. Dann gibt es Einkommenssteuer, ja, Grundbegriffe vom Steuerrecht und dann haben wir nochmal das Thema UWG, AGB und Grundsteuer. Ja, das sind jetzt Themen, wo jetzt nicht so häufig drankommen. Aber wenn sie drankommen, ist UWG und AGB auch sehr systematisch, ja. Also, zum Beispiel, wir hatten AGBs Vertragsbestandteile. Da gibt es ein paar Paragraphen, die findet man dann auch am Anfang hier im BGB bei dem Abstand AGBs und dann sitzt das auch. Also, du siehst praktisch hierbei Recht und Steuer. Wir hätten natürlich auch die Pareto-Analyse ein bisschen genauer machen können, aber wir sagen, wir wollen lieber hier die ganzen Themen einzeln bereitstellen, dass du auch weißt, was wirklich wichtig ist, dass du dich daran dann orientieren kannst. Wenn du halt so eine Weiterbildung machen willst, dann musst du halt ganz genau wissen, welche Themen wichtig sind, dass du dich auf die Prüfungswichtigsten Themen, sag ich mal, auch fokussieren kannst, weil du willst ja am Ende deine Weiterbildung auch erfolgreich bestehen. Wir sagen natürlich nicht, nicht, dass du jetzt die unwichtigen Themen hier vernachlässigen sollst. Ja, das sagen wir nicht. Lern bitte nicht auf Lücke, mach das nicht, aber du sollst natürlich die Themen, die häufig in der Prüfung drankommen, auf jeden Fall können, ja, darauf dich fokussieren und wenn das sitzt, dann auch in diese unwichtigeren Themen reingehen. Weil wenn du halt von Anfang an dich auf die unwichtigen Themen fokussierst und da Zeit verlierst, dann fehlt es dir halt beim Lernen an einer anderen Stelle. Deshalb hier diese Pareto-Analyse, dass du ganz genau weißt, welche Themen wichtig sind, wo auf jeden Fall sitzen müssen, dass du dich darauf fokussieren kannst und dann natürlich auch die anderen Themen lernen kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Kommentar da oder einen Daumen hoch und wir werden jetzt in naher Zukunft noch auf unserem Kanal weitere Videos veröffentlichen zu der Pareto-Analyse, dass du ganz genau weißt, wo und wie du dich dann auch auf deine Prüfung effektiv vorbereiten kannst. Und wenn du dich einfach und erfolgreich weiterbilden kannst und willst, dann komm einfach auf uns zu, melde dich bei uns, dann nehmen wir Kontakt mit dir auf, finden heraus, wie wir dir am besten bei deiner Weiterbildung helfen können und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns bald in einem Beratungsgespräch hören. Bis dahin, dein Patrick. Ciao.